Mit Energie kennen wir uns aus. Seit 1895 sind wir URIs führender Energiedienstleister. Vom Kraftwerk über das Verteilnetz bis zum Smart Home können Sie auf unsere Kompetenz in allen Energiefragen vertrauen. In unseren Wasserkraftwerken produzieren wir unseren Urstrom. CO2-frei, einheimisch, erneuerbar. Aus der Region, für die Region. Sauber und nachhaltig produziert. Zwölf neue Kraftwerke haben wir in den letzten zehn Jahren geplant und gebaut. Sie suchen einen Partner für die Energiewirtschaft und die Bewirtschaftung von Kraftwerken? Im Energiemarkt kennen wir uns aus. Unsere Leitstelle überwacht und steuert nicht nur die eigenen Kraftwerks- und Netzanlagen, sondern auch externe. 365 Tage rund um die Uhr. Unser Verteilnetz ist 1450 Kilometer lang und sichert die Stromversorgung in unserem Versorgungsgebiet. Dieses umfasst den größten Teil des Kantons Uri und die Gemeinden Morschach und Rehmenstalten im Kanton Schwyz. Wir investieren laufend in die Modernisierung unseres Verteilnetzes, beispielsweise in aufwendige Erdverkabelungen. Mit temporären Baustellenversorgungen liefern wir bereits schon in den Bauphasen genügend Strom. Mit unseren LED-Lösungen optimieren wir öffentliche Beleuchtungen. Wir digitalisieren unsere Netzinfrastruktur mit Smartmetern, den intelligenten Zählern und der Smartmetering-Systemplattform Uri. Mit über 340 Mitarbeitenden sind wir einer der größten Arbeitgeber in Uri. Und mit unseren 75 Lernenden in zwölf verschiedenen Berufsbildern der größte Ausbildungsbetrieb im Kanton. In der Elektrogebäudetechnik können Sie in allen Bereichen auf unsere langjährige Erfahrung und unser Know-how zählen. Von Planung und Engineering, Schaltanlagen und Automatikbau, über Hausinstallationen, universellen Verkabelungen bis hin zur komplexen Gebäudetechniksteuerung. Wir installieren elektrotechnische Einrichtungen für Industrie, Gewerbe und die öffentliche Hand, genauso wie intelligente Elektrogebäudetechnik für den Wohnbereich. Strom selber produzieren und speichern. Nachhaltige Lösungen für Wärme- und Kälteproduktion entwickeln und ins Gesamtsystem integrieren. Den Verbrauch aller Energieträger mit Smartmetern überwachen und abrechnen. E-Mobilität aufbauen. Dies alles vernetzt mit einer intelligenten Steuerung und Regelung. Das ist EWA Smart Energy. Oder kürzer gesagt, Energie clever nutzen. Alles aus einer Hand. In unserem Showroom zeigen wir Ihnen die smarte Energiewelt sowie die Möglichkeiten intelligenter Steuerung und Vernetzung im Energiebereich. Für Informatik, Telekommunikation, Netzwerk und Multimedia Services sind Sie bei unserer Tochter comdatanet.ag an der richtigen Adresse. Wir sind URIS führender Energiedienstleister und mit innovativen Produkten und Dienstleistungen für Sie da.